2. 1. 2. 1. Insgesamt? 12. Hey, willkommen bei Matchday Taxi wieder. Heute sind wir in Dießen und da vorne sind die beiden Jungs auch schon. Servus! Kommt ihr mit nach Herschen? Ja, gern wenn du uns drin nimmst. Dann steigt rein. Servus. Servus. So, bevor es los geht, könnt ihr euch beide erstmal die Trikots anziehen, denn eine Challenge ist Trikotausch. So, die Aufgabe ist Trikotausch. Ihr habt 20 Sekunden Zeit, angeschnallt eure Trikots zu tauschen. Ich bin bereit. 3, 2, 1, go! Ich habe es umgedreht, Pablo. 6 Sekunden rum. 9. Alter, easy! 18,59. Sehr gut. Okay Jungs, Gratulation, die Trikots habt ihr schon mal gewonnen. Könnt ihr gleich hier anlassen. Perfekt. Kannst du mir erklären, was es damit aussieht? Ja, den hat mir der Steuerwahl letztes Jahr gegeben, weil ich Hauptanwärter für die Physiozeiten bin und da recht oft zu besuche. Okay. Kommen wir jetzt zur Challenge Nummer 2, dem heißen Draht. Steht da, ist da übrigens zwischen deinen Beinen. Kannst du mal raus holen. So. Okay. Ich glaube, du kriegst das hin. Kein schwerwert. Aber ich gebe mein Bestes. Also, du hast so viel Zeit, wie du möchtest. Du darfst den Draht nicht berühren, aber du hast nur einen Versuch dafür. Alles klar. Auf geht's. Grandios. Warte, warte. Hier muss ich anfangen. 3, 2, 1, go. Uh, nur ein Versuch. Wir können dann auch Versuche machen, wie oft das Geräusch kommt. Kommen wir jetzt zum Ampelquiz. Wer trägt beim GCDW die Nummer 7? Ähm, ja. Wie lautet die Domain des GCDW? 3, 2, go. Ja, richtig. Am 24. Dezember ist? Meiner. Wie endet das Spiel gegen die BR Wolligs das Letzte? 3, 2. 14 plus 7? 1, 2. Wie viele Gewinnsätze braucht man beim Volleyball? 3. Wer ist am Ziel Rekordmeister des VBL? Gittrichshafen. Also, Glückwunsch, Jungs. Das habt ihr euch gemacht. Mehr als 5. Nichts. Dank Gott. Das geht für die Besitzung. Den hat der Thomas nicht verdient. Das hab ich dir gesagt hab, oder? Also, cool, dass ihr dabei wart. Wir sind jetzt im Herrsching. Habt noch ein bisschen Zeit. Wir sehen uns alle. Ich bin alle. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs mitnehmen. Danke. Bis später. Ciao, ciao. Das war das Matchday Taxi. Powered bei Wittmann und Winter Holler für heute. Wenn ihr dabei sein wollt, dann einfach nächstes Mal auf Facebook. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Vielen Dank.